Musik 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 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Reisegäste, es ist mir eine große Freude, Sie heute hier zu unserer letzten Ausgabe des Jahres begrüßen zu können. Ja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es ist sicherlich vieles ganz anders gekommen, als wir es uns erhofft haben. Wir alle haben die Pandemie meistern müssen, haben unseren Alltag angepasst und auch wir von Phoenix reisen. Wir konnten sie nicht, die Reisewünsche und Reiseträume erfüllen, so wie wir es geplant hatten. Dennoch sind wir großer Zuversicht, dass wir im Jahre 2021 wieder mit voller Kraft voraus Sie an Bord unserer Schiffe beherbergen, begrüßen und umsorgen dürfen. Im Hintergrund dürfen Sie gewiss sein, agieren wir natürlich die ganze Zeit schon, um alles dann rechtzeitig parat zu haben. Wir von Phoenix, wir stehen in den Startlöchern, egal ob mit Hygienekonzepte, das sich ja auch auf unseren Flussschiffen im letzten Sommer und Herbst sehr bewährt hat, oder eben dann mit der für uns alle erhofften Impfung. In diesem Sinne möchte ich auch im Namen von ganz Phoenix reisen, von allen Kolleginnen und Kollegen, meinen großen Dank aussprechen an Sie, liebe Gäste, denn Ihre Buchungen, Ihre vielen tollen Schreiben, die uns während der Pandemie erreicht haben und auch im Moment erreichen, ebenso Ihr großes Vertrauen in uns. Das bestärkt uns in allem, was wir tun und macht uns Mut und gibt uns viel Kraft auch für die Zukunft. Ich sagte volle Kraft voraus und damit meine ich natürlich auch der Blick nach vorne, denn über 2021 hinaus haben wir ja weitere Reisen mit Ihnen vor. Und wie gewohnt haben wir jetzt kurz vor Weihnachten unser Programm Seereisen 2022 freigeschaltet, Online auf phoenixreisen.com können Sie alle Reisen 2022 bis weit ins Jahr 2023 von Amadea, Amera, Atania und MS Deutschland sehen. Ganze 63 Sommer- und Herbstreisen haben wir für Sie neu gestaltet und kreiert. Unter anderem geht es ja in die Polarregionen, nach Grönland, Kanada, aber auch ins Mittelmeer oder ins Schwarze Meer, unter anderem erstmalig für MS Deutschland. Der Winter, der 2022 auf 2023 folgt, beinhaltet dann eine 1 zu 1 Adaption unserer abgesagten Weltreisen dieses Winters, nämlich die Amadea macht 153 Tage, die Amera 125 Tage Weltreisen und die Atania, sie begibt sich auf eine große Afrika-Umrundung in 115 Tagen. Ja, ich hoffe, dass wir Sie mit diesen neuen Reisen dann auch weiterhin begeistern können und wir freuen uns natürlich über Ihr reges Interesse, auch online auf unserer Webpage. Unseren Katalog werden wir dieses Jahr etwas später rausbringen, im Frühjahr dann 2021. Liebe Gäste, da wir uns alle ja nun im Lockdown befinden, denke ich, ist über die Feiertage und über den Jahreswechsel vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Besinnlichkeit und Muße. Und wir von Phoenix, wir hoffen und wünschen Ihnen vor allem ein paar ruhige Stunden, hoffentlich auch im engsten Kreise Ihrer Liebsten. Im Namen des gesamten Phoenix-Teams, im Namen aber auch aller Schiffscrews, Morten Hansen habe ich noch vor kurzem gesprochen, aber auch die anderen Kapitäne, Robert Frohnbrück, Jens Thorn, Elmer Mühlebach und 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 und, sowie unsere Kreuzfahrtdirektoren und alle Crews. Wir alle, auch das Bonner Team, wünschen Ihnen frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest und natürlich einen guten Start mit viel Zuversicht ins neue Jahr. Ganz wichtig, bleiben Sie bitte gesund, denn wir alle wollen uns ja auch gemeinsam freuen auf weitere Reiseträume in 2021 und darüber hinaus. Ja und zum Abschluss meiner kleinen Ansprache hier kann ich Ihnen noch einen musikalischen Gruß zum Feiertag oder zu den Feiertagen ans Herz legen, denn unser Kreativ-Team rund um Katrin Wiedmann, Max Messler und Brady Harrison, Sie haben sich mit weiteren Ensemble-Kollegen ein sehr hübsches Weihnachtslied arrangiert für uns, für Sie und dazu ein Musikvideo geschnitten mit vielen interessanten Aufnahmen von uns, den Phönixen. Das können Sie per Link im Newsletter sich anschauen oder aber auf phönixreisen.tv oder unserem YouTube-Kanal. Dazu wünsche ich Ihnen schon viel Vergnügen, passen Sie auf sich auf, alles Gute, herzlichst im Namen aller Phönix-Mitglieder, Ihr Michael Schulze. Vielen Dank.